Hallo Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge in der East Ward. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß bei der heutigen Folge. Und zwar stehen wir hier in Old Town, haben das Scepter of Fire bekommen und zwar einen Flammenwerfer. Tja, und müssen jetzt, ja, wo müssen wir jetzt hin? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Lass uns mal auf die Karte gucken. Also, wir haben hier tatsächlich auch noch eine Tür, die zu ist und noch einen Bereich, der zu ist. Oh, warte mal. Können wir in diesen Bereich da unten eigentlich schon rein? Also, ich weiß gerade nicht so genau, wo wir lang müssen. Ich glaube, die Tür mit dem Schlüssel haben wir ja eigentlich schon erledigt. Tja, ist die Frage. Das wäre ja eigentlich wirklich da unten, oder? Ich muss es mir auf der Karte einfach nochmal angucken. Lass uns hier unten nochmal gucken. Kamen wir da unten schon hin? Oh, ich weiß es gerade nicht, Freunde. Vielleicht bin ich auch irgendwie vorschnell schon vorbeigelaufen. Also, was sagt denn unser Inventar? Unser Inventar sagt, wir könnten tatsächlich einmal kochen, dann werden wir kochen. Haben wir Zutaten? Wir könnten ein Omelette machen zum Beispiel. Wir könnten aber auch einfach drei Potatoes mal kochen. Haben wir bis jetzt auch noch nicht gekocht. Und vielleicht erfinden wir so ja noch ein neues Rezept. Vielleicht auch nicht. Gucken wir mal. Was gibt mehr Energie als eine Kartoffel? Auch wenn das, was reinwirft, irgendwie aus so Lila-Farm schon aussieht, dann soll ich so eine Kartoffel nicht mehr essen. Fries! Haben wir das nicht schon mal gemacht? Ich weiß nicht. Enjoy fries as snack paired with your favorite dish or even as dish. Pass auf, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir werden... Wir werden es vielleicht jetzt erst sogar noch mal essen. Also, wir essen jetzt einmal. Und dann haben wir jetzt noch einen Platz frei. Werden wir gleich noch mal kochen. Aber was packen wir rein? Was ist denn das? Steamed Peppercorn. Steamed Colonel of Spice. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Pass auf, wir nehmen mal das mit Kartoffeln und einem Ei. Ah, Steamed Peppercorn. Ah, ein Gewürz verfeinert die Speise. Okay, dann machen wir zwei Eier. Veggie-Egg-Stir-Fry ist das. Okay. Und wenn ich Milch dazu mache... Ja gut, dann lass uns das kochen. Aber ist das gut, der Fisch da jetzt? War das gut? Äh, vielleicht? Ui, doch. Okay. Fein. Weil laut Karte sah es ja jetzt doch so aus, als... ...hätten wir hier unten den Bereich noch nicht... ...noch nicht weiter in die Zunge. Vielleicht muss ich ja doch da unten hin. Ich weiß noch nicht. So, hier mussten wir nur warten. Kamen jetzt hier nicht gleich Zombies? Mir war so... Okay, hier kann ich nicht weiterlaufen. Ich gucke jetzt tatsächlich immer mal wieder auf die Karte. Es tut beleid. Diese hässlichen Zombies. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch dran, dass hier so viele hässliche Zombies... Oho, ach, verdammte Angst. Okay, lassen wir den einfach... Weil, guck doch mal! Der hat uns so viel geraubt. Arsch. Siehste, da, guck, die Batterie. Von Sonic Punk. Das ist alles zu viel. So viel brauchen wir gar nicht. Da lasse ich das jetzt. Okay, also. Komme ich da unten hin? Es ist über die Tür. Da ist eine Tür. Irgendwo ist eine Tür. Die ich, glaube ich, so auch noch nicht gesehen habe. Okay, pass auf. Ja, waren wir da drin? Doch, da. Ich muss so schnell sein. Ich muss so schnell sein. Gut. Doch, in dem Haus waren wir schon. Natürlich waren wir hier schon. Hier waren wir. So, da ist ein Bett. Da können wir nichts tun. Bramble Garden. Okay. Lass uns hier oben mal gucken. Also, hier ist nichts. Dann... Doch, hier waren wir stehen geblieben. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich kann da durch. Also, pass auf. Ich glaube, wir werden uns jetzt mal teilen. Sam läuft hier durch. Weil hier an der Stelle waren wir stehen geblieben. Aber ich war nicht. Also. Aber sie kriegt die Teile ja auch nicht zerstört. Aber, ah, guck mal, da ist ein Schalter. Da ist ein Schalter. Ich sehe es. Hier ist ein Schalter. Ah, ja, ja. Okay, okay, okay. Also. Ah, jetzt sehe ich es. Okay, 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 okay. Also. Ähm. Und damit kann Sammy dann hier auf dem... Ah, ah, gut, 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 gut. Und wir kommen jetzt durchlaufen. Und. Halt. Nein, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Äh, wir müssen was essen. Okay, pass auf, also. Äh, nee, warte mal, muss Sammy jetzt doch hier? Ah, ja, ja, ich glaube, wir müssen von unten lang laufen irgendwie. Ach, nee, kann sie nicht, weil der Schalter... Ach, buh. Äh, warte mal. Okay. Na, ist klar. Also, ich muss warten, dass das hier durch ist und... Dann... Und dann läuft sie hier durch und dann sind wir jetzt beide durch. Oh, Mann. What a Geburt, also. Aber wir kriegen's ja hin, wir kriegen's ja hin. So, jetzt müssen wir die beiden nur noch vereinen. Ich bringe mir jetzt einen Weg mal ein bisschen frei. Was ist denn das? Oh, wir können Sachen kaufen. Oh, Sachen kaufen riecht ja immer für Gegner, ne? Energy Drink. Das ist gut, das wollen wir machen. Und ich glaube, ich werde mir gleich noch einen Freik kaufen. Unser hart erspartes Geld. Aber gibt's ja jetzt noch einen Schalter irgendwo? Vielleicht muss Sammy aber auch erstmal rein. Aber wie komme ich denn jetzt rein? Ah, warte mal. Ich glaube, hier ist ein Knopf oder sowas. Ah. 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 Dün, 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 dün. Gut. Dann war es jetzt doch hier lang. Oh, nein. Oh, nein. Speicherpunkt und Kochstelle. Wir wissen alle, was das heißt, ne? Every once in a while, we run into something that seems strangely familiar. Don't question it. There's definitely meaning behind it. Save your memories. Ja, manchmal würde ich meine Erinnerung gerne vergessen wollen. Ganz ehrlich gesagt. Aber das riecht so safe nach einem Boss. Es wird safe ein Boss sein, Freunde. Jetzt haben wir den unteren Kartenbereich auch angezeigt. Human Fak- Human Factory? Also es ist doch eine Menschenfabrik. Hä, wir sind zurück in dieser Fabrik, Freunde. Aber no map available? Da ist wieder dieses Auge. Okay, das wird kurios. Aber sind wir dann jetzt wieder zurück in Greenberg? Aber Greenberg gibt es ja nicht. Okay, was ist hier los? Wow, weird. This must open the door, huh? John! Die Zeit steht still, oder? Hey, I know you're there. So just come out now. You hear? This factory is an absolute mess. Guard inoperative. Breeder gone to who knows where. Seems I will need to find another solution. Hey! Hey! And just how are we supposed to get out of here, huh? Cultivation chamber damaged. Cultivation chamber damaged. Speichman has escaped. Speichman has escaped. Well, this is not good. How are we gonna get out of here? Huh? Still as lively as ever, I see? Hmm, but have you ever thought of using your own head for once? No matter. Until next time. Myself. What? Ist das jetzt ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? John! Looks like the door's open. Diese Tür? Oh, oh. Breeder Bot? Nein, Breeder Bot sieht böse aus. Breeder Bot ist ein Gegner, Freunde. Ach, du Scheiße. Breeder Bot macht Bomben. Ah! Breeder Bot einfach so. So, ich würde jetzt einfach mal so draufhauen. Bei dem Bomben ein bisschen aufpassen. Ich versuche sie uns jetzt umzubringen. So, ich würde jetzt ein bisschen über Breeder Bot. What the fuck? Okay, wir sollten, wir sollten was essen. Wir sollten was essen. Was essen wir denn, Freunde? Ah, pass auf. Wir werden jetzt gleich mal Sonic Punk rufen. Und... Ich habe keine Ahnung, was es macht, ne? Ich habe keine Ahnung, was es macht. Und wir werden dann trotzdem noch was essen. Und zwar ein Energy Drink. Was hat denn Sonic Punk gemacht? Läuft. Was ist das einfach nur durchhalten? Und wenn ja, wie lange? Und was ist da entkommen, ist die Frage, ne? Oh, oh, aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, ja, ja. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. So Sailor Moon-Loop-mäßig. Aber OMG, das hat jetzt ordentlich gekostet, ne? Das war bestimmt nur so ein Miniboss zwischendurch. Was hat er was zum Hengar Sonic Punk gemacht? Weiß das jemand? Hat er überhaupt irgendwas gemacht? Und das Essen, was ich gerade habe? genutzt habe auch gefühlt nichts gemacht läuft freunde läuft aber wo genau müssen wir jetzt hin das kann es doch nicht gewesen sein also das ist eine chamber aha diese tür vielleicht diese tür es sind einfach zu viele türen aber human factory ne grand pops house okay crazy aber wo genau müssen wir denn jetzt hin over there that's just got to be the slime breeding furnace if there's a roadblock i see yes 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 this looks like the perfect job for the sonic punk things are about to get a little explosive around here you two might want to back up a little bit father father okay we're pretty far down five four three okay hey i did it again pretty spears oops i did it again but look at that so wide open it's almost begin you to complain to complain i give the rest to you trusty lab assistance update slime breeding furnace breeding heißt schleim zucht gedöns besty übersetzung der welt ne schleim zucht gedöns so könnte ich die folgen nennen vielleicht schleim zucht gedöns aber wo genau müssen wir jetzt hin wir müssen jetzt einfach zum Ziel wieder, ne? Mission accomplished. Report back to Alpha with the slime-breeding furnace. Also das heißt, wir müssen jetzt in die Stadt zurück. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur raus hier. Einfach nur raus. Und der Weg sollte ja jetzt eigentlich nicht so schwer sein. Ja, jetzt sind wir bei den Outskirts und die Überlegung ist, ob wir dieses Teil hier umbringen, weil es uns was bringt. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich sammle mal jetzt das Zeugs hier ein. Ah. Die haben wieder alle raus. Scheiß Fliegelteile. Oh, die Raben. Hier laufe ich mal schnell vorbei. Ich habe keine Lust irgendwie, dass die Raben mich attackieren. Es ist übrigens jetzt dunkel geworden, oder? Nein, ist es nicht. Wir waren nur unten. Ich habe ja schon wieder Angst, wenn sie sagen, sie warten. Oh, guck mal. Ich weiß. Do you think those two will make it back? Can't know for sure. Those old ruins miasmer sure did a number on them. Some Adegaldern stuff might still be mucking about. I've heard stories, you know, about those that go in there, they turn into, into, into zombies. Is, is that true? I'm aware of the mythos myself, a terrifying thought. But those two, they are something else. Something else? What do you mean by that, Tether? Unsure, just a feeling. Just a feeling? Goddammit, what is it with you robots and your feelings? Whether Tether's serendipitous intuition is correct or not, once the sun hits the horizon, those two will be in for a very terrible world of hurt. Huckum, spuckum, huckwash! Those two were sent by the princess herself. They sure as hell aren't gonna let a couple scarce monster threw them in. The princess? Our constitutional monarch? Concocting an agent to combat in the asthma she is. Such an, an incredible woman. And that Isabel too, an aerial connoisseur if ever there was one. Why the way she ride that rocket through the sky is nothing short of pragmatic artistry. Our boss, an artist in his own right. Hell do they, yeah. I mean, just look at how fast we fixed this here somewhere, yeah? Here they come, here they come! And farther than I could have expected too. The princess had the eyes of a hog when it comes to scouting talent. What the word then, my friends? Have you completed your mission? Come, come, everyone's waiting. Let's get this party started. As my way of saying thank for a big all solid you hoisted verse, I'd like to welcome you on board as the first passengers of the one and only, newly restored, new damn subway system. Subway system? But these look just like the tracks Geron ran on. Are we getting on a train again, huh? But John, don't we want to go back to New Dawn City? Never you fear, my cotton candy sweet pea. You will get back to New Dawn City the fastest, most blazing, most so convicted you won't know how you live without it way possible. Ah, all about. Ich glaube, jetzt passiert Wunderbares, my friends. Wow, another station. Are we back in New Dawn City? Bad, you are, miss Curly Crop. Just clip those glimmers up those stairs and you will be back on Princess Avenue. Ah, before I forget, take this. Was gibt's denn jetzt? Belohnung? Obtaint a subway pass. Oh my God, wir haben eine Wohnattskanzel bekommen. It's a subway pass. It will let you ride the rails whenever you want, for free. Whenever, wherever, you and the subway are meant to be together. But enough of that, I've got other work to do. So I'm afraid this is where we part ways. If you guys plan on sticking around this damn city well, let's just say we'll be seeing a lot of each other turtles. Geil, also mit einer reparierten Station haben wir jetzt komplett das ganze U-Bahn-System für uns, oder wie sehe ich das? Ach, wie geil ist das denn? Das ganze U-Bahn-System für uns, oder wie geil ist das denn? Das ganze U-Bahn-System für uns, oder wie geil ist das denn?